Normalerweise würde ich ja an die Bandsäge gehen und man den Roling rund schneiden. Allerdings habe ich momentan kein Bandsägeblatt drinnen, weil das was ich drinnen gehabt habe, das ist nicht mehr scharf gewesen und deswegen mache ich mir das schnell an der Drechselbank einmal rund. Achtung. 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 Spannende Musik So, jetzt geht's. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich. Sollte die Schrauben ab. So, jetzt machen wir das. Schöne Schnellen Spannende Musik So, jetzt geht's. Spannende Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020